Hallo zusammen, ich bin Renato vom Tenanty und zeige mir gleich gleich die Übung. Und so aus dem Programm balancieren auf den Händen und auf den Armen. Loop it! Für diese Übung benötige ich zwei Hilfsmittel. Ich habe jetzt ein Buch genommen und ein kleber Rollen. Jetzt geht es darum, diese Sachen auf dem Arm zu balancieren. Ich stecke den Arm so aus, dass er schön gerade ist. Ich platziere die Gegenstände drauf, so dass es nicht runterfallen ist. Ich versuche den Boden zu berühren. und komme wieder hoch. Ich muss wieder runter gehen und wieder hoch. Ihr könnt die Übung schwieriger machen, indem wir mehr Gegenstände drauf platzieren. Natürlich noch Gegenstände, dann könnt ihr kaputt gehen.